Hallo ihr sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. In der heutigen Folge geht es um das Thema Bedürfnisse und wie äußere ich denn eigentlich meine Bedürfnisse, egal jetzt ob beim One-Night-Stand oder auch gegenüber meinem Partner, also wie drücke ich aus, was ich will. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich ganz gerne noch einen Switchback zu letzter Folge machen, in der es ja um das Thema Selbstliebe und Selbstbefriedigung ging und ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ich in jeder Folge immer am Anfang nochmal auf eure Fragen eingehen werde, auch nochmal auf euer Feedback und das werde ich jetzt hiermit tun. Und zwar haben mich zum Thema Selbstliebe und Selbstbefriedigung sehr, sehr positive Kommentare erreicht von Frauen, die gesagt haben, dass es auch für sie ein total wichtiges Thema ist, über das sie sich bisher aber relativ wenig ausgetauscht haben, gerade über das Thema Selbstbefriedigung und dass es total schön war auch zu hören, dass man das offen tun kann und auch, dass es jemanden gibt, der sogar über eigene Erfahrungen spricht. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür, dass ihr mir euer Feedback gegeben habt und ich kann hier auch nochmal aufmerksam machen auf einen Artikel, den ich jetzt selber gelesen habe im Sexdossier, nämlich der Emotion. Das ist jetzt allerdings schon zwei Ausgaben her, also da müsstet ihr mal online schauen, dass ihr diesen Artikel wiederfindet. Der geht nämlich darüber, über das offene Reden über Sex und über eigene Erfahrungen und da haben sich auch Frauen zu dem Thema ausgetauscht. Das war ganz interessant auch zu lesen, weil die eben auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben und vielleicht kann ich euch ja hiermit auch ermutigen, dass ihr euch auch mal mit Freundinnen austauscht über das Thema, sofern ihr das möchtet. Genau, weil das kann einfach sehr gut tun, dass man mal selber erzählt, wie war das eigentlich bei mir früher und wie war das auch bei anderen, das zu hören, ist auf jeden Fall eine ganz spannende Erfahrung. Ja, ich kann euch an der Stelle nochmal neu dazu einladen, dass ihr mir auch zu der jetzigen Folge euer Feedback gebt. Ihr könnt das sehr gerne tun, einfach an die E-Mail-Adresse podcast-at-emotion.de oder ihr geht auf die Facebook-Seite von mir, auf Gianna Baccio oder auch auf die Emotion-Facebook-Seite, da könnt ihr mir sonst auch eine private Nachricht schreiben. Okay, dann lasst uns mal in das Thema einsteigen, nämlich meine eigenen Bedürfnisse. Das ist ja ein riesiges Thema und war übrigens auch in dem Sex-Dossier-Thema, weil es einfach so wichtig ist, über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Da hat auch eine Frau, finde ich, ein sehr gutes Statement abgegeben. Sie hat nämlich gesagt, nur weil man ja nicht darüber redet, verschwindet die Tatsache ja nicht, dass er oder sie auf eine bestimmte Praktik steht. Soll heißen, ihr könnt ja nur so durch das Darüber-Sprechen herausfinden, was der andere eigentlich für Bedürfnisse hat. Und nach meiner Erfahrung tun wir das relativ viel am Anfang einer Beziehung und lassen das aber mit der Zeit immer mehr schleifen. Also wir tun es eigentlich im Laufe einer Beziehung weniger. Ich denke, der Grund dafür ist, dass wir ja irgendwie meinen, den anderen Partner zu kennen und damit auch seine Bedürfnisse und alles, was bislang nicht ausgesprochen wurde, das ist auch nicht. Und Fakt ist aber, wir kennen einen Menschen nie ganz. Und wir kennen auch seine Bedürfnisse nie ganz. Und ich denke, also und vor allem auch Menschen verändern sich. Und das macht das Ganze ja auch so spannend. Und genau, ich denke, dass du halt diese Chance wahrnehmen kannst, auch immer wieder regelmäßig über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen und auch über die Bedürfnisse deines Partners natürlich. Aber wie mache ich das jetzt eigentlich? Denn vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ja man irgendwie Scham davor hat, vielleicht auch abnormale Fantasien zu haben oder auch Angst davor hat, zurückgewiesen zu werden. Vielleicht hat man ja solche Fantasien wie auch Fremdgehfantasien. Da traut man sich ja nicht unbedingt, die mitzuteilen, weil der Partner ja eifersüchtig sein könnte. Nur das Ding ist halt, dass dadurch viele sexuelle Wünsche eher unerfüllt bleiben. Einfach, und das habe ich eben schon gesagt, weil der Partner nichts davon weiß. Und das Reden fällt eben vielen, vielen Paaren schwer. Und ich glaube, tief in unserem Inneren ist bei jedem von uns der Wunsch verankert, dass wir doch eigentlich mit unserem Partner ein Sexleben haben, dem es nichts mehr hinzuzufügen gibt und was einfach nur so funktioniert. Und ich glaube, dass wir uns das aber nicht eingestehen wollen, dass wir mit daran beteiligt sind, dass dieses Sexleben auch verbessert werden kann oder eventuell auch mal einschläft, dass wir mal die Lust verlieren und dass wir aber mit dazu beitragen können, dass es eben lebt und dass es interessant bleibt. Naja, für viele Frauen ist es auch nach wie vor immer noch ein gesellschaftliches Tabu, die eigenen Wünsche zu äußern. Und dadurch wissen auch viele gar nicht genau, wonach sie sich eigentlich sehen. Und nur das darüber sprechen, sich austauschen, das hilft dann, dass diese Interessen auch zum Vorschein kommen. Übrigens, ich selbst habe auch genau diese Erfahrung gemacht, weil ich immer gedacht habe, es gehört sich ja wohl nicht, dass ich so in Anführungsstrichen versaute Fantasien habe und habe die dann einfach nicht mitgeteilt. Ich hatte die dann für mich und habe die vielleicht in meiner Masturbation ausgelebt. Aber ich hätte mich nie getraut, das meinem Partner mitzuteilen. Und erst jetzt mit meinem letzten Partner war es mir wirklich möglich, auch meine, ja, so wie ich vorher dachte, versauten Fantasien mitzuteilen, obwohl es eigentlich wissenschaftlich belegt ist auch, dass die meisten Fantasien von uns relativ normal sind. Also da kann ich hier an der Stelle auch schon mal Entwarnung geben. Und selbst wenn du jetzt in Anführungsstrichen abnormale Fantasien hast, wenn du darüber sprichst, dann hilft dir das ja auch, das Ganze weniger abnormal zu machen und auch mit deinem Partner eventuell zu integrieren und damit dann ja zu etwas ganz Normalem zu machen. Und ich möchte euch aber trotzdem in dieser Folge einfach mal ein paar Dinge an die Hand geben, die euch dieses Bedürfnisse äußern leichter machen können. Und mir hat es extrem die Sache erleichtert, dass ich mit meinem Partner sehr spielerisch an die ganze Sache rangegangen bin. Also wir haben jetzt nicht irgendwie am Anfang schon gesagt, komm, wir setzen uns jetzt mal zusammen und wir eröffnen uns jetzt unsere Bedürfnisse, sondern es war eigentlich so rum, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen diese Beziehung von Anfang an sehr gesund machen und gestalten. Und wir wollen auf jeden Fall von Anfang an, dass da ja eine radikale Ehrlichkeit herrscht, auch was unsere Bedürfnisse angeht. Und wir sind es aber insofern spielerisch angegangen, als dass wir halt, ja, tatsächlich das Spiel Wahrheit oder Pflicht gespielt haben. Ich kann es ja mal hier erzählen, wir sind ja unter uns, haha. Aber wir haben tatsächlich bei unserem ersten Date schon Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und ich will das jetzt nicht verallgemeinern, dass das jeder so machen sollte. Es hat uns auf jeden Fall sehr geholfen, dass wir uns extrem gut kennengelernt haben und dass wir dann auch wirklich nochmal in manchen Momenten wirklich gedacht haben, was, das hat der andere gemacht, das gibt es doch wohl gar nicht. Und dann konnten wir aber trotzdem entscheiden, wollen wir trotzdem mit demjenigen zusammen sein, können wir uns eine Beziehung vorstellen. Und ja, wir konnten auf jeden Fall so, dieses Wahrheit oder Pflichtspiel, ja, es hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir das Ganze auch nicht so ernst nehmen. Und wir haben vor allem natürlich die Wahrheit immer gefeiert, also wenn der andere eine Wahrheit preisgeben musste. Und genauso waren aber auch die Pflichtanteile, wenn der andere beispielsweise jetzt aufstehen sollte, ein Lied singen oder irgendwas, war dann auch mal so ein lockerer, ja, so ein Auflockerer eigentlich. Und bei diesen Wahrheitssachen haben wir uns eben auch solche Sachen gefragt, was uns denn wirklich anmacht. Und so haben wir so geheime Fantasien auch voneinander erfahren. Und das war ganz schön lehrreich, kann ich sagen. Das ist also eine Möglichkeit, wie ihr da sehr spielerisch rangehen könnt, wenn ihr eher jetzt Hemmungen habt, auch gewisse Sachen auszusprechen, dann kann ich das nur als Tipp geben, vielleicht mal abends, anstatt den Fernseher anzuschalten, doch mal genau dieses Spiel zu spielen. Eine andere Möglichkeit, die ihr auch machen könnt, ist, sich gegenseitig Briefe zu schreiben, wo ihr euch auch Bedürfnisse und Wünsche mitteilen könnt. Beispielsweise das Bedürfnis nach mehr Nähe, nach mehr Zärtlichkeiten oder auch das Bedürfnis nach eventuell mehr Sex. Das fällt einem häufig leichter, das schriftlich runterzuschreiben, anstatt es einem persönlich ins Gesicht zu sagen. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz nette Möglichkeit, wenn man sich solche Briefe zuschiebt oder ich weiß nicht, ob ihr Freund davon seid, auch sowas als WhatsApp-Nachricht zu machen. Das ist natürlich dann in dem Falle unpersönlicher. Ich bin Fan davon, sich richtig noch Briefe zu schreiben und da auch Bedürfnisse, Wünsche mitzuteilen. Es gibt auch noch eine Möglichkeit und zwar ist das ein Online-Fragebogen und da werden gegenseitig die sexuellen Fantasien abgefragt. Und du kannst halt so herausfinden eigentlich, welche Wünsche dein Partner hat. Du findest aber damit auch gleichzeitig heraus, was dich eigentlich erregt. Und ich weiß auch, dass wir jetzt genau, dass wir jetzt gerade die ganze Zeit beim Thema Sexualität sind. Das gilt aber natürlich auch für alle anderen Themen. Also wenn du beispielsweise jetzt ein Bedürfnis danach hast, wenn ihr Kinder habt, dass der Partner sich mehr um die Kinder kümmert, dann finde ich, kannst du das auch genauso gut in einem Wahrheit- oder Pflichtspiel verpacken und kannst es aber auch genauso gut in Briefenschreiben verpacken. Dieser Online-Fragebogen, der bezieht sich jetzt wirklich auf die sexuellen Fantasien und der war auch in dem Sex-Dossier in der Emotion beschrieben. Du kannst nähere Informationen dazu auf der Internetseite finden, teratalk.de. Ich packe das auch einfach nochmal in die Shownotes. Der Vorteil davon ist, du kannst ja später mit diesem Fragebogen sozusagen mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, was euch jetzt gegenseitig anmacht, da kannst du ja auch weiterhin ganz wissenschaftlich dann rangehen und den mal auswerten. Natürlich auch mit so einem gewissen Augenzwinkern, weil es soll ja auch irgendwo locker bleiben und soll jetzt nicht nur irgendwie so diesen Arztaspekt haben oder wir gucken uns jetzt mal genau an, was uns denn eigentlich anmacht. Also gar nicht so sehr ernst, aber so ein Online-Fragebogen, der hilft auf jeden Fall was, wenn du auch selber nicht unbedingt so versiert darin bist, deine eigenen Bedürfnisse auszudrücken. Wenn du es auch vielleicht gar nicht so genau weißt, dann hilft dir auf jeden Fall herauszufinden, was mich eigentlich selber erregt. Und dann gilt natürlich weiterhin das Gespräch. Also das Gespräch ist eigentlich so, finde ich, auch mit die beste Methode, sich gegenseitig Bedürfnisse mitzuteilen. Und hier gibt es aber zum Beispiel auch etwas, was dir ein bisschen leichter es machen kann, nämlich wenn du so ein Gespräch auf einem Spaziergang führst. Der Vorteil ist, dass du dir jetzt gar nicht die ganze Zeit permanent in die Augen schauen musst. Du kannst das natürlich jetzt auch im Liegen nebeneinander machen oder auch im Sitzen nebeneinander. Beim Spaziergang ist aber noch der weitere Vorteil, dass du auch immer wieder andere Eindrücke bekommst und dass du somit immer so einen laufenden Redefluss hast. Und der ist etwas entspannter noch, als wenn du jetzt diesen statischen Moment zu Hause hast, wo du dann entweder sitzt oder liegst. Also ich bin ein Freund von Spaziergängen, von sogenannten Real Talk Spaziergängen. So was mache ich auch regelmäßig mit meinem Freund, weil wir auch gemerkt haben, dass es für uns eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist und dass wir uns eben dann nicht die ganze Zeit speziell in die Augen schauen müssen oder die Mimik andauernd lesen des anderen. Ja, sondern wir können einfach umherlaufen und da kommen uns immer wieder neue Gedanken und wir können durch die Gegend schauen dabei. Das ist einfach wesentlich entspannter. Ein Gespräch, da finde ich es eben auch wichtig, dass ihr dafür genügend Zeit habt und dass ihr auch dabei eine ruhige Atmosphäre habt. Also es wäre ja zum Beispiel keine gute Idee, wenn ihr sagt, komm, lass mal heute Abend treffen in dem und dem Club oder in der und der Bar und da mal darüber sprechen, über unsere Bedürfnisse. Das ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Sache. Natürlich geht das auch im Restaurant, aber ich würde schon darauf achten, dass ihr auch da für euch seid und ja wirklich ehrlich auch miteinander sprechen könnt, auch die Atmosphäre dazu einlädt, dass ihr euch öffnen könnt. Ganz wichtig bei solchen Gesprächen ist immer, dass ihr Ich-Botschaften formuliert. Also wir kommen jetzt schon mal so ins Eingemachte. Wie genau drückst du denn jetzt eigentlich deine Bedürfnisse aus? Auf jeden Fall in Ich-Botschaften. Also hört euch mal jetzt mal selber den Satz an, wenn du sagst, Mensch, nie hast du Zeit für mich. Das ist ja eine ganz klare Du-Botschaft, sondern du kannst es besser so formulieren, indem du sagst, ich fühle mich verletzt, weil wir in letzter Zeit einfach so wenig Zeit miteinander verbracht haben. Das kommt wesentlich besser an. Und es stimmt ja auch nur, weil es ist ja in deiner Wahrnehmung und es ist deine Wirklichkeit, die das jetzt gerade widerspiegelt. Und damit hast du auch keinen Vorwurf definiert, sondern du hast nur deine Gefühle ausgedrückt. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Beispiele, wie andere Ich-Botschaften aussehen könnten. Ich wünsche mir, dass wir uns mehr Zeit für den Sex nehmen. Ist auch eine ganz klare Ich-Botschaft. Ich wünsche mir, dass du mir auch mal in die Augen schaust, damit ich weiß, dass du auch bei mir bist. Ich wünsche mir, dass ich dich auch mal verwöhnen darf, weil es mir eine Freude ist, dich auch genießen zu sehen. Also das waren jetzt mal so ein paar Beispiele für gute Ich-Botschaften, die ihr je nachdem, was dafür euch zutrifft, auch sofort anwenden dürft natürlich. Und auch bei solchen Gesprächen immer gut, wenn ihr euch den Raum lasst dafür, euch gegenseitig auch Fragen zu stellen, auch Nachfragen zu stellen. Also sowas wie, was genau meinst du denn jetzt eigentlich damit? Oder wenn ihr jetzt schon weiter seid, was würde dir eigentlich dabei helfen, damit wir das umsetzen? Und ja, ich weiß ganz genau, dass der erste Schritt zu so einem Gespräch immer komisch ist und auch mit einem mulmigen Gefühl verbunden ist. Das weiß ich. Nur es ist genau wie mit anderen Dingen auch. Du wirst nie das Fahrradfahren lernen, ohne jemals aufs Fahrrad zu steigen. Du wirst nie das Flirten lernen, ohne mal rausgegangen zu sein, mal jemand angesprochen zu haben. Und du wirst es eben auch nie lernen, mal über deine Bedürfnisse zu sprechen, wenn du es nicht einmal getan hast und das mal gespürt hast, auch wie dieser Sprung ins kalte Wasser ist. Das Gute ist aber, es lohnt sich. Es lohnt sich total. Ich kann nur empfehlen, da wirklich locker, entspannt und gerne auch, ist aber auch meine persönliche Empfindung, humorvoll ranzugehen, weil das einfach das Eis bricht. Und ich mache das mit meinem Freund auch so, dass wir regelmäßig solche Gespräche machen. Also wir haben zum Beispiel unser Beziehungs-Dinner, das machen wir alle zwei Wochen, beziehungsweise wir machen es genau dann, wenn wir sagen, wir haben jetzt Anlass dazu. Also wir sagen dann auch, hey, hast du Zeit? Dann und dann, ich möchte ganz gerne mit dir nochmal sprechen. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass wir das regelmäßig machen, dass wir regelmäßig im Austausch darüber sind. Sind irgendwelche Themen, haben sich vielleicht irgendwelche Themen angestaut oder gab es irgendeine Situation, die mich verunsichert hat? Weil wir sind schließlich ein Team und wir wollen, dass das Team gut funktioniert. Und da sind solche Themen, solche tiefer gehenden Themen dann natürlich auch immer angebracht. Also was ich ja häufig auch wahrnehme, ist, dass so die Sachen, die so am Tag passieren, dass die eben eher oberflächlich sind und auch oft so eine organisatorische Struktur haben, wie, hey, kannst du noch Klopapier mitbringen oder holst du heute die Kinder von der Schule ab? Solche Sachen. Und bei solchen Beziehungsabenden, Beziehungs-Dinner, was auch immer, wie auch immer ihr das gestalten wollt, können dann eben auch mal genau solche Themen rankommen, wie, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Und da eben dann auch die entsprechende Atmosphäre, die kann ja nur dazu anregen auch, dass ihr euch dann öffnet. Kleiner Tipp noch, lasst euren Partner immer aussprechen und auch sorgt dafür, dass ihr selber immer aussprechen könnt. Weil nur wenn wir jetzt im gleichen Maße auch zu Wort kommen, dann haben wir beide die Chance, auch unseren eigenen Standpunkt zu erklären und auch den Standpunkt des anderen erst zu verstehen. Ja, das kann ja sonst gar nicht passieren und ich kenne so viele, die sich nicht aussprechen lassen und mich selber macht immer Fuchs, Teufels, Wild, wenn ich nicht aussprechen kann, wenn mir jemand ins Wort fällt. Deswegen finde ich es so wichtig, auch darauf Acht zu nehmen. Ja, ich hoffe, dass diese Tipps euch jetzt schon mal weiterhelfen konnten. Wenn ihr konkretere Fragen nochmal habt, dann dürft ihr mir die natürlich gerne stellen. Wie gesagt, ich finde es super, super wichtig, dass man sich gegenseitig die Bedürfnisse mitteilt. Denn ja, wie gesagt, das nur so können wir erfahren, was macht unseren Partner an, was macht mich an und dadurch eine erfüllte Beziehung erleben. Ach ja, man kann es natürlich auch ganz praktisch machen. Also jetzt im Falle von Bedürfnissen, die den Sex betreffen, kann man natürlich auch den Partner mit der Hand führen. Also wenn du jetzt schon merkst, irgendwie das gefällt mir jetzt gerade gar nicht so untenrum, was da gerade von statten geht, dann führ doch mal deinen Partner. Zeig ihm doch mal, was dir gefällt. Vielleicht auch mal eine Masturbationsstrategie zeigen, wie du es gerne magst, denn so kann dein Partner ja auch davon lernen. Habt immer im Kopf, dass ihr wirklich ein Team seid und dass ihr nur im Team gut funktionieren könnt in einer Beziehung. Und da hilft es dann eben auch, wenn wir genau wissen, was das Team stark macht und was es eher schwächt. Und Bedürfnisse, offene Bedürfnisse, die stärken auf jeden Fall ein Team. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Ich lade euch herzlich zum Austausch ein und ich freue mich schon auf die nächste Folge, in der es dann darum geht, welche Fantasien ich eigentlich so habe und wie kann ich mich eigentlich selbst antörnen. Es gibt ja so diverse Spielmittel, Spielsachen auch dafür, wie Sextoys zum Beispiel. Natürlich können auch Bücher oder Videos die Fantasie anregen. Aber ja, was ist denn eigentlich so das Ideale für dich? Darauf werde ich nächste Woche eingehen. Darauf freue ich mich schon sehr auf dieses Thema. Und jetzt, wie gesagt, noch einen wunderbaren Tag für euch und dann hören wir uns ganz bald wieder. Eure Jana. Bis dann. Tschüss.